Hey Leute, in diesem Video erfährst du erstmal, wie man eine Spotify Premium Karte bzw. auch einen Gutscheincode am Handy und vor allem auch am PC richtig einlösen kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Einlösen von einem Code, egal ob von einer Geschenkkarte, einem Kassenbon oder auch wenn man das Ganze per E-Mail erhalten hat, funktioniert am PC und vor allem auch am Smartphone unabhängig vom Geldbetrag relativ ähnlich, weswegen ich das Ganze jetzt zur besseren Veranschaulichung einfach mal am PC zeige. Zuerst einmal solltest du direkt unter dem Video auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung Code einlösen klicken, dann kommst du nämlich auch schon zur offiziellen Spotify Webseite, wo man sich jetzt aber noch mit seinem dementsprechenden Konto einloggen muss, wo man natürlich anschließend auch Spotify Premium haben möchte. Deswegen E-Mail-Adresse richtig eingeben, Passwort richtig eingeben und dann einmal auf Anmelden klicken. Und wir können sehen, wir sind auch schon auf der offiziellen Webseite, wo wir unseren Code einlösen können. In meinem Fall habe ich mir eine einfache Geschenkkarte gekauft und auf der Rückseite können wir hier unten jetzt auch schon so ein kleines Feld erkennen, was wir erst einmal noch mit einer Münze vorsichtig freirubbeln müssen. Das Ganze habe ich jetzt auch schon gemacht. Wichtig ist hier, man soll wirklich nicht zu stark aufdrücken, dass man hier auf gar keinen Fall irgendwie diese Zahlen bzw. Ziffern verletzt. Und danach können wir das Ganze auch schon hier rechts einmal in diesem Feld eingeben. Noch als kleiner Hinweis, man sollte unbedingt auf die beliebten Fehler, wie zum Beispiel das Vertauschen von einem kleinen I und einem großen L bzw. auch von einer Null und einem großen O achten. Aber wenn das Ganze jetzt stimmt, so wie in meinem Fall, dann muss man normalerweise hier nochmal bestätigen, dass ich kein Roboter bin. In meinem Fall sollten das normalerweise diese drei Bilder sein. Also etwas schwer, dann auf Bestätigen klicken. Perfekt, das hat auch funktioniert. Und jetzt klicke ich mal noch auf den Button Weiter. Der Code scheint zu funktionieren. Er wird mir hier nochmal angezeigt. Und darüber steht einfach, dass ich damit jetzt einen Monat Spotify Premium erhalte. Deswegen nochmal hier auf den Button Code einlösen klicken. Wir erhalten auf der nächsten Seite die Bestätigung. Dein Kauf ist abgeschlossen. Einen Monat Spotify Premium. Und das Ganze möchte ich jetzt natürlich noch überprüfen. Deswegen einfach mal hier oben rechts auf Profil Konto klicken und anschließend etwas nach unten gehen. Und wir sehen auch schon dein Abo Spotify Premium. Heute ist übrigens der 27.8. Und wir können sehen, dass mein Spotify Premium aber am 27.9. Also genau ein Monat danach endet. Und wenn ich jetzt am Ende von dieser Laufzeit nicht erneut eine Gutscheinkarte einlöse, dann wird automatisch wieder auf die kostenlose Version heruntergestuft. Und noch als ein kleiner Hinweis, andere Varianten wie zum Beispiel Premium, Duo, Family oder auch die Studentenversion sind hier mit der Gutscheinkarte leider nicht möglich, sondern nur Spotify Premium. Und somit haben wir jetzt auch so eine Karte bzw. einen Gutscheincode richtig eingelöst. Falls du Spotify Premium länger als einen Monat nutzen und dabei jährlich bis zu 20 Euro sparen möchtest, einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst nämlich direkt zu Amazon zu den speziellen Angeboten, wo du dir wirklich eine Menge an Geld sparen kannst. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.